Ciao a tutti, herzlich willkommen, Südtirol grüßt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home Tiro Spezial, 13. Etappe von Palmanova nach Ciudadale del Frioli. Heute ganz spannende Etappe, zwei Bergwertungen gleich der ersten Kategorie, dazu zwei Bergwertungen der zweiten Kategorie. Relativ früh im Rennen, noch bevor es in die Bergwertungen hineinging, hat sich eine recht große Gruppe gebildet, darunter unter anderem der zehnte der Gesamtwertungen Diego Ulissi vom Team Lampre, mit dabei gleich drei seiner Teamkollegen, dabei auch Damiano Kunigo, der Träger des Bergpreistrikots und früher oder später dann auch dazugestoßen zur Gruppe Giovanni Visconti, der bestplatzierte oder drittplatzierte Fahrer des Team Movista, die zu diesem Zeitpunkt sogar schon mit drei Fahrern in der Gruppe vorhanden waren, also gleich vier Fahrer vom Team Movista vorne in der Gruppe mit dabei. Das Ganze hat sich so ein bisschen eingependelt, das Hauptfeld etwa mit 1 bis 2 Minuten hinter der größeren Führungsgruppe. So sind sie dann in die letzten 30, 40 Kilometer hineingefahren. Auf den letzten 40 Kilometern hat dann Astana das Tempo stark erhöht. Und immerhin Diego Ulissi als Zehnter des Gesamtklassements doch ein Stück weit eine Gefahrenstelle. Auch Visconti mit annähernd fünf Minuten doch immer auch noch eine Gefahr, zumal man bedenken musste, Amador und auch Valverde mit dem Platz zwei und drei noch ganz vorne mit dabei. Also aus Sicht Astana wollte man dann die dritte Gefahrenstelle aus dem Team Movista dann doch ein bisschen weghalten. Es wurde stark das Tempo erholt. Es ging dann in den Anstieg der ersten Kategorie, der nahezu 9 Prozent im Durchschnitt hatte. Ja, da erstmals auch Dschungels am Kämpfen. Er hat den Anschluss ein Stück weit verloren, konnte sich zwar in der Abfahrt vom ersten Kategorieberg wieder ein bisschen erholen, aber nie mehr ganz an seine ursprüngliche Frische und Fitness heranfinden, die man in den letzten Tagen so gewohnt war. Es ging dann in den Anstieg der zweiten Kategorie herein, der 14 Kilometer vor dem Ziel dann wirklich seinen Kulminationspunkt erreichen sollte. Nibali hat versucht zu attackieren, weil Valverde hat mal attackiert. Richtig weg kam keiner. Führte dazu, dass jetzt so 10 Kilometer vom Ziel die größten Favoriten immer noch beisammen waren. Ganz, ganz vorne zu diesem Zeitpunkt Mikkel Newe. Mikkel Newe, ein Fahrer vom Team Sky, der jetzt vor zwei Etappen seinen absoluten Kapitän mit Mikkel Landa verloren hatte. Deshalb auch seine gewissen Freiheiten hatte, diese genutzt hat, weit wegziehen konnte. War für das Gesamtleis mit seinen 50 Minuten etwa Rückstand keine wirkliche Gefahr mehr. Konnte dann auch von sämtlichen Nachführarbeiten nicht mehr eingeholt werden. Hat das Ding gewonnen. Visconti als Zweiter hat das Rennen beenden können. Hat da weitere Bonussekunden sammeln können. Hat im Bergklassmoor ein bisschen was auf Damiano Cunegro gut machen können, der immer noch blau trägt. Allerdings jetzt nicht so viel gut machen können, auch im Gesamtklassmoor, dass jetzt wirklich eine weitere Gefahr bleiben könnte. Erwähnenswert vielleicht noch ein Stück weit Valverde und Nibali, die sich dann am Ende noch einen Kampf um Platz 3 geliefert haben, um die Bonussekunden. Es waren schließlich noch vier Sekunden auf der Strecke zu gewinnen. Da hat Nibali Valverde überraschenderweise noch abziehen können. Ja, war ein Stück weit überraschend. Vielleicht größte Überraschung des Tages. Amador, am Ende hat er dann nochmal einen Anschluss an die Spitzengruppe schaffen können. Hat somit das rosa Trikot übernehmen können und hat somit Dschungels das Trikot genommen. Spannende Ausgangssituation auf jeden Fall. Platz 1, Platz 4 mittlerweile für Movistar. Man muss jetzt mal sehen, wie Movistar das jetzt auf den nächsten Etappen da wirklich verteidigt. Nächste Etappe weiterhin wieder eine Bergetappe von Alpago nach Alta Badia. Eine Etappe immerhin mit zwei Bergwertungen der ersten Kategorie, drei Bergwertungen gleich der zweiten Kategorie und eine der dritten Kategorie. Also es bleibt weiterhin spannend beim Giro. Und ja, man darf gespannt sein, wie das Rennen sich weiter wird entwickeln.